Jetzt sind wir im Museum oder Foundation Fundación de César Manrique gelandet. Es ist unheimlich schön dort. Es gibt sehr viel zu sehen, was sein ganzes Leben bewirkt hat und was ihn dazu veranlasst hat, hier zu leben. Und wie das ausschaut, das ist was ganz besonderes, das seht ihr jetzt hier. 6. Kiel 7. 10. 10. 12. Amen. 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 Das war es also, unser kleiner Besuch im Museum der Fundación de César Manrique.